Und damit willkommen zurück zur Let's Play Chroma Squad. Wir haben beim letzten Mal... Hör auf zu singen, ich will was sagen. Ich lad das einfach. Wir haben beim letzten Mal die erste Staffel fertig gedreht. Deshalb können wir jetzt bis der zweiten anfangen. Aber erstmal möchte ich mir das hier mal angucken. Was ist das hier? Farbige Box der Gerechtigkeit. Okay, aber ich glaube, diese Bosskämpfe sind... Kommen die jetzt öfter oder nur? Am Ende einer Staffel. So, Crafting. Was können wir denn alles machen? Was haben wir denn noch alles? Äh, was? Was? Hm, hau ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Was geht hier eigentlich alles gerade ab? Im Nachhinein muss ich sagen, ich fände es ziemlich cool, wenn ich die so umgenannt hätte, dass das Warframes sind. Dann hätte ich den pinken Ranger, wenn das geht, halt einen Mann gemacht und Rhino genannt. Ach, das kann man nicht mal reinmachen. Okay... 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 Wir können ja mal gucken, dass die alle Waffen kriegen. Wir haben jetzt auch ein paar neue Sachen. Ach, nur sie kann das ausrüsten. Okay... Mensch... Achso, okay... Okay... Verstehe... Aber auch teuer. Bringt auch nicht allzu viel, ich glaube, da warten wir mal noch. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Nice! Das könnte sich auf lange Sicht lohnen. Hm... Hm... Ah... Hm... Hm... So, aber ich wollte noch was craften eigentlich. Ah, craften kann ich noch nicht groß. Dann. 4000. Das ist ein Dreiteiler. Viel Gegner gleich. Ne, warte, das ist der. Zehn Gegner besiegen, alle müssen am Ende noch stehen. Fehlkner in einer Runde und in fünf Runden gewinnen. Boss-Monster mit einem Finishing-Move und den Boss bevor man alle Minions besiegt. Okay, das klingt machbar. Komm. Ich bin jetzt nützlich, ich hab diesen Satz schon mal im Film gehört. Ja. Ja. Aaaaaaah. Jetzt geht's ab Wir müssen überleben, okay Wie stellen wir das hier an? Was kann sie? Sie kann noch gar nichts Wie machen wir das? Das könnte klappen, pass auf Wir machen ein bisschen Teamarbeit Und du? Oh super, ein Counter-Move Ah, ich hätte das mit einem dreifacher Angriff machen sollen Oh, es geht los Ich glaube, noch eine Runde und danach muss ich auf jeden Fall Chromatisieren Oder in dem Fall Warframe Ich finde es ein bisschen schade, dass es noch keine Teamangriffe gibt, womit ich mehrere Gegner treffen könnte Sieht's da aus? Nee, kommt nicht, da kommt nicht so weit Ah, ich glaube noch eine Runde schaffen, wenn ich aussah Doch Das schaffst du alleine Ja Ja Ich finde den Sound immer noch klasse Aber ich würde sagen, wir halten die Leute hier einfach zusammen Aber das ist nur ein Gegner Das ist nur ein Gegner Pass auf Ich habe eine Idee Da ist der schwarze Power Ranger, aber der kommt nicht so weit Square House Kick Nee, den brauchen wir nicht Kann er soweit? Ja Super Dann hier rüber Na, das bringt mir aber noch nichts Nicht die Runde Nee, ich möchte keinen Bug Report schicken, danke Dann halt so Ich liebe dich Ich hoffe ich gebe dir Entspanke Ich hoffe ich , dass ihr euch Wονst Ja Ja Mann Ich bin Du Ja Mann Pass auf. Jetzt müssen die zwei noch ein bisschen was. Du, ja. Hier rüber? Ach, das reicht nicht, ne? Ja. Pass auf, wenn du hier rüber gehst. Genau. What? Oh, ich glaube, ich habe es sogar schon geschafft, eigentlich. Du gehst hier rüber? Ja, ich glaube, das... Okay, ne. Ich dachte, der Blaue könnte noch was machen. Super! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vier Gegner in einer Runde besiegen. Okay, das heißt, das können wir eigentlich nur hier machen, ne? So, wenn er seinen Square House Kick macht. Aber dafür müssten die echt zusammenstehen. Das hier ist das weiteste Feld, was er erreichen kann. Das heißt, du machst hier rüber. Du machst Teamwork. Gehst hier rüber. Square House Kick. So, jetzt müssen wir nur noch... Ja, haha. Teamwork. Du gehst hier rüber? Hä? Oder zählt er das jetzt noch nicht? Da steht vier Gegner in einer Runde, nicht in einer Attacke. Oh, das funktioniert auch. Ja, hat funktioniert. Aber deinen Roundhouse Kick kannst du nicht nochmal machen, ne? Das heißt... Das heißt... Das heißt... So. Das kriegst du jetzt aber alleine hin. Okay, der ist gepanzert. Das müssen wir... Womit etwas härter machen. Sollen wir... Ach nee, können wir gar nicht. Dann gehst du... Dann gehst du... Einfach hier rüber. Das wäre trinett... Teamwork. 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 Aber... Ja, und das schafft sie auch alleine. Vorausgesetzt, ich kann auf die Felder klicken. Lass mich auf die Felder klicken. Perfekt. Escalating the Fights, wie witz ich das jetzt? Also sie dürfen ja, also bei Powerintest ist es ja glaube ich so, die dürfen ihre Megasorts nicht rausholen, außer die Feine machen das auch. Ja. Seriously? Okay, ich werde zumindest ein paar von den Minions erledigen müssen. Und zwar mit Teamarbeit. Okay. Wie viel hat der? Ach, Leute. Oh, der rennt auch noch auf mich zu. Wie viel hat der denn? Ah, fuck, das wollte ich gar nicht. 500? Pass auf. Wir machen das so. Vielleicht kann ich dann gleich das Lasso gegen ihn einsetzen. Finish it. Ja, sorry, das kann ich jetzt nicht mehr. Also nicht oft foolerweise. Okay, das muss jetzt was werden. Aber das wird jetzt auch was. Du gehst hier rüber. Teamwork. Teamwork. Jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten Void Blast. Das erste Mal seit der Umbenennung. Boah, perfekt. 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 Vielen Dank.